Hey Leute und einen frohen ersten Weihnachtstag. Ja, äh, ich würde euch begrüßen zu einer Runde QSG oder zu mehreren Runden QSG. Ja, ich nehme das Ganze jetzt noch vor Weihnachten auf. Ähm, ja, ich nehme das Ganze nämlich am Mittwoch auf, den Tag vor Heiligabend. Aber ich denke oder ich hoffe auch mal, sonst habe ich mich jetzt hier mega vertan gerade. Und habe euch eigentlich, äh, gerade eigentlich irgendeine Scheiße gelabert mit ersten Advent oder so. Ach, äh, ersten Weihnachtstag oder so. Ne, ich hoffe das Video kommt auch wirklich am ersten Weihnachtstag, sonst habe ich jetzt hier gerade am Anfang Scheiße gelabert. Ja, weil, ähm, ich nehme, ich vorproduziere das Ganze, weil ich denke, ich werde kaum dazu kommen, irgendwie in Ruhe aufnehmen zu können. Zocken ein bisschen über die Weihnachtstage, aber nicht so viel aufzunehmen. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt hier auf. Ja, und ab, äh, ab dem zweiten wird dann logischerweise auch nichts kommen, habe ich ja schon gesagt, äh, weil ich ja im Urlaub bin. Ja, deswegen das nehme ich jetzt einfach mal für euch auf. Auch wenn für mich eigentlich noch gar kein Weihnachten ist, habe ich euch jetzt einfach mal einen schönen ersten Weihnachtstag gewünscht. Hoffentlich macht ihr auch was mit der Familie und sitzt nicht nur am PC. Okay, naja, ich muss auch selber mal gucken, was ich da so machen werde. Wie leckt der denn, bitte? Alles klar, warum ich der... Ja, nice, stopp den erstmal, one it up. Okay, mega fair, okay. Der hat gerade einfach mega geleckt, das hat mich mega verwirrt. Ja, auf jeden Fall das dazu, ich wollte einfach mal ein paar Runden kurz gehen, das werden jetzt nicht die besten sein. So wie beim 1-1-1, ich werde sowohl Losers als auch hoffentlich mal irgendwann, äh, halbwegs gute Runden, also entweder Wins oder halbwegs spannende Runden, werde ich auf jeden Fall reinpacken. So, ich glaube, der hat kein Schwert bekommen. Ah, komm, nice, den haben wir. Wie viel Lack hat... Oh mein Gott, wie viel Lack hatte der, der hat in einer Schist ein Eisenbrustpanzer und ein Eisenschwert gefunden. Naja, das Gute ist ja, man kann ja immer schnell in die neuen Runden reingehen, das heißt, das Ganze geht halt eigentlich mega schnell, deswegen kann ich ja auch ein paar Fails reinpacken. Ja, wir rattern das hier einfach so durch die Runden und gucken mal, ob wir dann vielleicht eine gute Runde rauskriegen, hoffe ich mal. Keine Ahnung, wie lange das Video jetzt geht, ich werde einfach mal ein paar Runden kurz gehen spielen und hoffe, es unterhält euch halbwegs. Okay, denn das ist ja der Sinn von YouTube, dass ihr euch meine Videos unterhalten. Ja, mega fair, ich habe jetzt vier Kästen geöffnet und kein Schwert, mega nice. So genießt du ins Leben. Lack da ein Schwert? Oh nice, da liegt ein Schwert. Ja nice, jetzt werde ich gekillt. Aber das war so mega fair, ich öffne vier Kisten und kriege kein Schwert. Und dann will er mich noch killen, obwohl ich gar keinen Stuff für ihn habe. Rent er mir hinterher. Solche Leute muss man nicht verstehen. Alles klar. Ich wurde aus QSG gekickt. Ich glaube, jetzt geht es so langsamer los. Aus einem solchen Spiel, aus wie QSG gekickt zu werden, innerhalb von drei Sekunden, ist schon krass. Naja, mal gucken, wie das jetzt so wird. Ich hoffe, ich werde nicht allzu sehr failen in diesem Video. Aber selbst wenn, dann entschuldige ich mich einfach schon mal, weil... Ja, ich kann halt nichts dazu. Okay, ich kann schon was dazu. Ich könnte natürlich besser spielen. Aber ich habe halt sehr, sehr lange nicht gespielt. Oh, ich fürchte, dass ich die Leute mit der Angel abfacken muss. Ja, okay, er geht auch schon weg. Er sieht, dass ich kein gutes Gear habe und dass ich ihn eh nur abfacken will. Ja, oh. Komm, jetzt habe ich eine Herz. Ich werde... Komm, töte mich. Ihr töte mich. Danke. Das hat keinen Sinn. Ihr seht, wie viel Scheiß-Pech ich immer habe. Andere kriegen in jeder Runde ein Schwert. Ich kriege erst in jeder zweiten bis dritten Runde ein Schwert aus der Kiste. Aus der ersten Kiste. Warum habe ich jetzt keine Cape mehr? Ich hasse es. Ich hasse es. Warum habe ich jetzt keine Cape mehr? Das könnte mich schon wieder aufregen. Ich finde, so sehe ich irgendwie nicht so nice aus ohne Cape. Es ist so, als wäre ich nackt wäre. Und jetzt habe ich die aus irgendeinem Grund nicht mehr. Er regt mich gerade mega auf. Weil Optifine sich denkt, öö, die Server sind zu behindert. Ich stelle mal seinen scheiß Cape aus. So, okay. Ja, sorry, wenn ich mich gerade ein bisschen aufrege. Aber naja. Ja, okay nice. Dank. Okay, das ist für die nächste Runde. Oh man, dazu hätte ich echt keinen Kommentar. Ich zeige, okay, echt keinen Kommentar ab. So sehe ich ihm abgestaube. Aber naja. Wenn es sowas wie, äh, wie Survival Games gäbe, die so schnell startet wie QSG, dann wäre es natürlich sehr, sehr nice. Weil dann gäbe es erstens kein Abgestaube und zweitens startet die Runde immer schön schnell. Nice. Bitte, 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 sieh mich nicht, sieh mich nicht. Ach komm. Ich will die Regeneration, Digga. Ich habe kaum noch Leben, danke. Schnell den goldenen Apfel. Ich hätte den auch später essen können, aber bin gerade ein bisschen in der Notlage. Okay, wir haben nicht sehr gutes Equip. Wir haben zwar jetzt einen Goldapfel-Intus und Steinschwert und alles ist super, aber mehr leider auch nicht. Treffen ihn hier auch nicht. Ah, ich werde mal mich verpissen. So. Okay. Mm-hmm. Okay, sorry, wenn ich gerade nicht geredet habe, ich musste mich gerade mega konzentrieren, tut mir leid an dieser Stelle, aber naja, wir sind wenigstens im Deathmatch, das ist gar nicht mal so scheiße, wir haben zwar mega scheiß Equip und so, wir werden jetzt wahrscheinlich verlieren oder müssen das auf Abschlaumen zählen, zumal der ein Eisenschwert hat, der hat also das beste Equip im gesamten Spiel, also nicht im gesamten Minecraft, aber im gesamten Spielmodus, oh, jetzt gehen sie beide auf mich oder was, ne, aber einer, warum kämpft ihr nicht einfach gegenseitig und lasst mich abstauben, wir haben doch sonst eh keine Chance, so, bitte, danke, genau das wollte ich erreichen, ich muss mir nicht leider auf Abstauben gehen, Nice, 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 nice So, nice, okay Okay, nice, das wollte ich erreichen, sorry, dass ich jetzt abgestoppt habe, aber ich musste auf Abstauben gehen, es ging einfach nicht, weil, wenn ich jetzt nicht abgestoppt hätte, ich hätte so einmal verloren, ihr seht, ich hatte ja nicht mal so einen Helm, ich hatte eigentlich Vollgold oder hatte ich irgendwas aus Eisen, ich weiß gar nicht, vielleicht hatte ich eine Schuhe oder so, aber sonst auch nichts Großartiges, ich musste einfach auf Abstauben gehen und, naja, das habe ich auch, denke ich, ganz gut gemacht, weil, ich meine, ich musste ja erstmal wegkommen und so, ne, also es gibt auch Leute, die sind einfach zu schlecht im Abstauben, also, naja, Ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie so ein No-Skill-Move war, jetzt habe ich mich gerade selber angeschlossen, das war vielleicht ein No-Skill-Move Ja, was bringt dir das, Junge, was bringt dir das jetzt die ganze Zeit zu blocken und in Behinderte rumzupfen Okay, nice, haben wir gewonnen, GG Ja, haben wir wenigstens jetzt mal eine Runde gerissen, ich gucke mal, wie lange ich eben aufnehme, das muss ich jetzt mal nachgucken Ja, eine Runde können wir ja vielleicht noch machen, auch wenn das jetzt ein perfekter Abschluss wäre, zu gewinnen Ich mache hier einfach noch eine Runde, ja, einfach, weil ich gerade Bock drauf habe und weil das Video ja noch nicht so lange geht Einfach eine Runde, ob ich jetzt direkt sterbe oder nicht, ist dann auch egal Hoffentlich lädt die Landschaft nur mal Nice Nice, echt nice, jetzt komme ich wahrscheinlich nicht aufgucken, ne Nice Perfekt, zum Videoabschluss fliege ich dann nochmal vom Server, ich gehe glaube ich mal auf den freien Server Jetzt auf Backpack Labs und mache jetzt einfach mal hier die Verabschiedung Ja, ich hätte jetzt gerne noch eine Runde aufgenommen, aber das dauert viel zu lange, da müsste ich jetzt noch unnötig cutten und so Bis ich dann mal auf den Server wiederkomme, weil er ist momentan sehr überfüllt wegen Ferien und so Naja, hoffe euch hat dieses Video gefallen und ja, bis zum nächsten Video War jetzt, die letzte Runde war jetzt eigentlich ganz gut, die vorherigen Runden waren jetzt ein bisschen blöd Aber naja, hoffe es hat euch gefallen und ja, ciao Leute Auf